Wir haben herausgefunden, dass ein bestimmter Typ von Proteinen, die in der Natur vorkommen, also große Moleküle, die eigentlich dafür da sind, vor Eis zu schützen, auch Eis bilden können. Antifrost-Proteine werden von bestimmten Insekten, Fischen, teilweise auch Pflanzen hergestellt und die dienen dazu, diese Lebewesen vor Eisbildung zu schützen. Nämlich, wenn Eiskristalle in Zellen gefrieren und die Eiskristalle zu groß werden, dann zerstören die die Zellmembran und damit ist das Gewebe sozusagen tot. Und genau diesem Effekt wirken diese Antifrost-Proteine entgegen. Dazu muss man wissen, ein Eiskristall besteht aus vielen kleinen Wassermolekülen, die sich ganz regelmäßig anordnen, praktisch wie viele kleine Legosteine in einem großen, immer größer werdenden Gebilde. Und diese Antifrost-Proteine haben jetzt praktisch die gleiche Anzahl Noppen und können sich sozusagen an diesen wachsenden Eiskristall anheften. Und auf der Rückseite haben sie aber keine Noppen, das heißt, dort können keine Wassermoleküle mehr dranbauen sich. Und damit stoppen sie sozusagen das Wachstum der Eiskristalle. Die können entsprechend nicht groß werden und damit verhindern sie sozusagen die Zellschädigung. Also es gibt noch einen zweiten Typen von Proteinen, die Eis bilden, praktisch größere, noch größere Proteine, die wie eine Legoplatte praktisch helfen, diese Struktur von Wassermolekülen aufzubauen, also neue Kristalle zu bilden. Und jetzt gab es die Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen den Antifrost-Proteinen und den Eis bildenden Proteinen, wo die doch beide gleiche Muster, sozusagen gleiche Strukturen haben. Und das haben wir eben versucht, dazu dadurch nachzuweisen, dass wir zeigen konnten, dass diese Antifrost-Proteine tatsächlich auch unter bestimmten Bedingungen dazu sich eignen, Eis zu bilden. Dafür braucht man sehr, sehr reines Wasser, damit man keine Verunreinigung hat und haben da eine sehr gute Kooperation mit israelischen Partnern gehabt. Die einen konnten uns größere Mengen von diesen Proteinen herstellen und die anderen haben uns einen sogenannten Mikrofluidik-Chip zur Verfügung gestellt. Das ist so ein Quadratzentimeter großes Silikongebilde, in dem man viele kleine Kanäle und kleine Tröpfchen drin sich bilden. Und damit kann man sehr sauber sehr kleine Tröpfchen angucken mit diesen Proteinen drin. Und die gucken wir uns dann unter dem Mikroskop an, wie die gefrieren. Die Proteine sind generell sehr labil und deswegen werden die eingefroren, damit wir sie lange haltbar machen können. Wir haben also die Studie ging jetzt auch fast eineinhalb Jahre. Und die werden also eingefroren und zu den Experimenten werden kleine Mengen von diesen Proteinen dann aufgetaut und in wässrigen Lösungen sozusagen präpariert. Das heißt, wir haben kleine verdünnte Mengen von flüssigem Wasser mit diesen gelösten Proteinen. Die werden dann über eine bestimmte Spritzentechnik in diese kleinen Chips injiziert, wo sich dann kleine Tröpfchen bilden. Und davon machen wir tausende sozusagen und können dann ganz viele Tröpfchen gleichzeitig unter dem Mikroskop angucken. Wenn wir die unter das Mikroskop legen, haben wir in diesem Mikroskop eine Kühlzelle. Und diese Kühlzelle können wir gesteuert mit einer bestimmten Art der Abkühlen und uns dann während die Abkühlen im Mikroskop anschauen, wann sind die Tropfen noch flüssig und bei welcher Temperatur gefrieren sie dann. Diese Tröpfchen werden dann in einem regelmäßigen Muster sozusagen angeordnet. Sozusagen jedes Tröpfchen hat sozusagen seine kleine Höhle in diesen Kanälen, wo es dann sitzt und auch liegen bleibt. Und wenn wir die dann abkühlen, können wir genau erkennen, bei welchen Temperaturen gefrieren die oder nicht. Wenn so ein Tröpfchen gefriert, wird es sozusagen kristallin und das Licht wird gestreut und dann werden diese Tröpfchen dunkel im Bild, was man dann sieht. Also wir haben uns verschiedene Proben angeguckt. Natürlich als erstes macht man den Hintergrund reines Wasser, guckt sich an, wann reine Wassertropfen gefrieren. Und dann haben wir Protein dazu gemischt in verschiedene Konzentrationen und gesehen, dass abhängig von der Proteinkonzentration das Gefrieren immer bei einer anderen Temperatur einsetzt. Außerdem haben wir sogar noch einen zweiten Typ Protein für uns verglichen und auch da Unterschiede zwischen den beiden Proteinen erkannt. Eisbildende Proteine werden benutzt zum Beispiel bei der künstlichen Beschneiung. Das heißt, da kann man Wassertropfen auf Skipisten schon zur Eisbildung bei nur sehr wenigen Grad unter Null auslösen. Aber es gibt durchaus auch Möglichkeiten oder Ideen, wie man bestimmte Medikamente, die man einfrieren möchte. Und dafür ist es wichtig, dass die genau bei einer bestimmten richtigen Temperatur eingefroren sind, dass man das immer reproduzierbar, immer gleich herstellen kann. Das wäre zum Beispiel eine weitere Anwendung.